Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Assassin's Creed Orange. Ich bin's wieder, euer Florent TV heute am Start. Und ja, wir suchen uns jetzt die nächste Quest raus. Und ja, es ist eine Nebenquest, bis zur Hauptquest ist es noch ein bisschen. Weil die kann man das auf Level sowieso weitermachen. Und dann würde ich sagen, machen wir Serapis. Ein die Völker. Das ist schon Stufe 10, wir sind aber Stufe 9. Sollte eigentlich relativ, ja, gut werden. Eigentlich sag ich jetzt mal so, wenn wir dem Typen mal nicht einen kleinen Schnickschnack verpassen. Naja, gut, insofern wir nicht sterben dabei. Und warum werde ich denn mal als Idiot dargestellt? Das weiß ich aber auch nicht. Aber gut, okay, vielleicht sollte ich mal... Ach, das Kamel ist ja auch gleich da. Mensch. Übrigens, ich nehme in 60 FPS auf. Wird aber nur in 30 umgewandelt. Aber es ist die höchste Qualität. Also 4K-Aufnahme mache ich jetzt gerade nicht zur Zeit. Und da, dass man die Grafikkarte nicht mitmacht. Ich habe zwar eine RTX 2070. Aber, naja. Das ist, ähm, ja. Mit 8 GB geht das. Sollte es schon gehen, aber irgendwie so. Wollen wir mal gucken, wo der jetzt unser großer Denker hier ist. Ach, shit, wir wollten da ja hoch. Verdammt, ich komme da nicht hoch. Verdammt, was ist das? Shit, ich komme da nicht hoch. Verdammt, das ist ja richtig schlimm, ey. Na gut, klantern wir die... ...Felsen hoch. Zack, 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 zack. Ah, es geht auch. So, so. Und dann geht es da hoch. So, wollen wir mal gucken, wie weit wir sind. So, jetzt sind wir in diesem komischen heiligen Palast hier. Wow. Großer Serapis. Bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles, snobisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Ja, überlass das mir. Magi, mein Trommler ist im Kibotos-Arsenal, in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Aber selbstverständlich, das wird ja relativ einfach werden, diesen Typen einzufangen. Diesen Serapis oder Trommler. So, wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ach da, okay, alles klar. So, dann rennen wir mal die Treppen hier runter. Ach, ja. Hui. Ach, Mensch, die beleidigen mich hier immer. Das ist unfair, dass man mich bitte beleidigt. So, dann nehmen wir Zeus. Oh, heilige Scheiße. Das kann ja was werden. Den da fangen zu nehmen. Puh, das wird schwierig. Ja, da sind ein paar Wachen. Da ist einer Level 11. Oh, jo, das wird schwierig. Okay. Gut. Wir wissen, wie wir es machen. Wir gehen taktisch hoher. Wir schleichen uns ran, holen den da raus. Und verschwinden hier ganz schnell wieder. Naja, mehr oder weniger. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Sollte es nicht funktionieren. Ich sollte sterben dabei. Das Spellgebiet. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So. C. Es ist schwierig, den da wieder rauszukriegen. Ich weiß nicht, wie ich den Level 11 da bekämpfen soll. Habe ich keine Ahnung von. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Keine Munition. Ach, wir laden mal auf. Du kannst nicht fliehen. Okay, es war doch... Ich rufe die Truppen. Na toll, wunderbar. Da kommt der Mann mit der Keule schon. Ich rufe die Truppen. Und... Und hier ein Schnickschnack und da ein... Ich habe keine Eingeweide, Freundchen. Ach, scheiße. Das kann ja lustig werden. Wer schießt hier? Ich schlitze dich auf! Ja. 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 Ja, ist ein bisschen schlecht, mir die Eingeweide rauszuschneiden, Kollege. Deine Zeit ist um. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und raus hier. Das war das Ablenkungsmanöver. Ja, ja. Aua, aua, aua. Das war die Keule. Au, ja, 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 ja. Das tat aber weh, jetzt hier die Schnickschnackkeule zu kriegen. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich gut. Und wie würdest du mir rausreißen, meine Eingeweide? Kein schwerer Schuss. Au. Oh, da, ja, wir ziehen, das ist die Aponogatetos. Upsala. Und let's go. Und weg hier. Lass du den in Konflikt. Jetzt aber ran, schnell zu Fuß hier weg. Alter, Scholli, das ist ja mal wieder mal. Na, jetzt rennen die einem hinterher. Ja, nö. Sprich mit dem Trommler. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt in Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Oh, nee, bitte nicht. Was meinst du, was ich tun könnte? Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Fell zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg. Und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Ach, schon wieder? Ach, dumm, meine Güte. Hä, äh, äh. Hä? Ich wollte eigentlich nur ein Pferd haben. Mensch, ach, Mann. Egal, passt schon. Na gut. So. So, anvisieren und let's go. Dann schnappen wir uns den Dieb jetzt hier. Da ist Fell. Ah, nicht sollten Assassinen im Verborgenen arbeiten. Nein, ich muss natürlich immer voll im auffälligen Bereich sein. Naja, das kann auch nur ich bringen hier, Leute. Das ist, äh, wie man sieht. Sollte man als Assassine ja vielleicht schon mal so ein bisschen Grips haben. Im alten Ägypten. Ja, so ist das alte Ägypten. So, eigentlich über Tischern. Wow, wow, wow. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Wir sind Impulsen der Gegner jetzt. Ach, da. Leiden, womit? Ah, ist er. Da ist der mies, der Typ. Und tot. Tod bestätigen. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Und ruckzuck ist der Assassiner auch wieder weg. Ruckzuck. Naja, mehr eigentlich. Oder weniger. So, dann schauen wir mal, ob wir dem Typen irgendwie hier hochkommen. So, möglichst schnell. Aber ihr seht, die Quest ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur eigentlich relativ oft ausweichen. Und es macht relativ viel Spaß. So, dann schauen wir mal. Und so lange geht die Quest jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Sollte zumindest nicht gehen. Und von der Grafik her ist es eigentlich auch sehr schön und top. Der Mann ist ein Dieb. Friede, Theon. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester. Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Tja, hoffentlich hat es euch an der Stelle mal super wieder gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst an der Stelle ein Like da. Oder ein Abo. Kostenloses Abo. Oder schreibt mal rein in die Kommentare, wie euch die Quest so gefallen hat. Und wie ihr die Quest so bestanden habt. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut einfach mal auf meinem Twitch-Kanal. Verlinke ich unten nochmal. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.